die ganze Sache natürlich viel leichter macht Hoffentlich sieht er mich nicht, Hoffentlich sieht er mich nicht Oh oh Komm, Mama, das wird nichts Okay, nochmal probieren Das war eben nichts Da müssen wir das schäden und das erzeugen Komm, 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 komm Das will ich instant haben Ja, und Yes, nice Inaktiv gescheitert Okay, da geht's lang Hier ging's runter Und tschüss Ich glaube, du kannst fliegen Ich glaube, du kannst fliegen Nicht zerbrechen Hier, du scheiß Wort Ich bin hier oben, Arsch Triss das Es ist zu heavy Können wir hier aus abknallen? Nein, glaube ich nicht Ich glaube daran, dass ich nicht dran glaube Und ich glaube, das ist nicht aufmachbar hier Ja Etwa kann ich doch drauf schießen Oder? Wirst du das nicht kaputt gehen, wenn ich drauf schieße auch? Kann ich sagen Oder war das so noch? Schade So So Das ist oft inaktiv geschaltet Ich weiß, wo ich lang muss Aber ich versuchte trotzdem irgendwie noch den Roboter zu entfernen Was nicht funktionierte Alter Gottes Ich wüsste da unten hin Ich wüsste da unten hin Und der Roboter da stört mich ehrlich gesagt sehr Und das ist nicht gut Habe ich eine EMP? Ist die Frage Nein, habe ich nicht Ist das schön Ach Fuck you Nur zum Fuck you Fuck you Und fang hier aus Das bringt alles nichts Das hat alles Weder Sinn noch Verstand noch irgendwas anderes Fuck, alter Fuck, 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 alter 100 Ich kann momentan nichts machen Ich will mit den Vorbeischlechen Ich kann den vorbeischlechen Ich kann den Vorbeischlechen Ich kann mich an den Vorbeischlechen Ich kann momentan nichts machen Ich kann mich an den Vorbeischlechen Schütztum er ist Ortschall wenn man sich als Abschluss das passt man sowas die ganz einfach durchsuchen können nein ich denke ich denke Rie 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 die einfach mal nicht zu brechen durch die so hochschmeißer jetzt haben wir alles mir egal ich will noch mal gucken ob es noch was gibt aber scheiß Gott Mann ey, ist ärgerlich echt dass ich nicht jetzt schon die Bots hacken kann beziehungsweise die Schütze aber natürlich auch was mir jetzt extrem bei der Hälfte wurde so ist das ein Geschützturm? ah klein Botti ich hab das für dich friss du Sack das wäre gerade nicht so ganz schlau von mir nicht so ganz ne ja komm weißt du, du meckerst doch mal, aber ne ich muss auch mal nicht immer meckern komm schnell 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 im Zugriff gewählt yeah, super nice ok genau hier war doch noch das das ist genau gar nichts also wirklich genau nichts ja ja nee 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 komm komm das hat ein bisschen wehgetan ich bin gleich tot Scheiße ja gut damit hätte ich auch rechnen können irgendwie dass ich da eventuell angeschossen werde wenn ich das Teil noch in der Handhalter aber ich dachte ich könnte es auf die werfen und die Sterne alle cool aber so war es letzten Endes nicht ja geh doch weg man nicht für W ja dankeschön danke für gar nichts echt jetzt höre ich jetzt Alarm bereit das ist ganz großes Kino warte mal das möchte ich mal hier hinhaben mach doch mal auf ey und lasset auf Mann mach und lasset auf mach und lasset auf hallo ihr Penner ja ihr seht mich ich weiß dass ihr mich seht ha 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 das wird egal wie ihr mich seht wenn ihr mich gar nichts könnt gar nichts ich bin alle tot da ist ja noch einer was kommt der denn her den erledigt ich muss da durch komm rein hier komm ran ran auf den Meter vollidiot oh man jetzt will er wieder nicht keine Diva Pussy 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 wo es jetzt der andere da Pussy 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 war nur ein kleines Blutpatrick war angelegt war nur ein kleines kein Grund sich aufzurägen Abzugsrufen für Raketen werden 3 ich denke da hat ich könnte schlecht Achtur oder eine das ist er ganz so da ist ein Schützturm er wird am besten Schützturm sind Schwer genug gewesen für mich bisher da gibt es noch nicht aber hier sind keine Wachen mehr müssen eigentlich alle zu weit erledigt sein so Reset und Hacken hat sich Credits man die Hack-Mission sind nur ne sau schwer ah fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you oh Gott, das dauert Stunden ne, das wird nix ja, ich wird gerade abbrechen hat er nicht gemacht wollte er nicht ich muss ein bisschen warten, bis das wieder geht gut ich muss mir jetzt die Hacken echt einfacher machen da umstrubbert noch einer warum kann ich kein Snipergewehr haben das wäre mal voll awesome ich möchte auch voll gerne das das ist jetzt ach, geht immer noch nicht ich jetzt stufe 3 und wann wird mir das dann angezeigt so, ich muss auf jeden Fall ganz ganz schnell agieren komm, schneller, 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 schau komm, schneller ja das wird schon wieder nix werden das wird schon wieder nix werden ich weiß es doch komm, 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 komm komm, komm ja voll nice voll nice voll nice ich kann im Moment auch noch keine Kredits ausgeben was denn los ich würde gerne mal ein bisschen mein Geld irgendwo lassen aber irgendwie sagt das Spiel mir so nö kannst du erstmal vergessen nö vorbeigucken nix nein, nein, du hast nix gesehen keine werden schnellstmöglich ausgegeben nö 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 komm, hier runter standing natürlich dich auf stylische Art ist, jetzt unten ne, das ist immer noch oben, nö der Strom hat der immer noch oben? einfach rum, ne der Kleine hallo saw mich direkt an und mach erstmal gar nichts die muss man auch mal loben die wachen für ihre völlige inkompetenz ganz toll wunderbar ich ein bisschen auch mehr hätten erst mal den sparen schalten damit das langsamer wird schwächen ich kann auch den kern einfach einnehmen Geht nämlich sogar noch schneller. So, das ist ein Computer. Hier ist ein Computer. Kann ich ihn hacken? Ja, den könnte ich auch... Könnte ich auch einen Code eingeben, aber das ist ja dann langweilig. Bap, bap, bap. Das wichtigste Primärziel ist erstmal das da. So. Okay. Ich dürfte eigentlich gut genug geschützt sein. Zugriff gewährt. Ja, das war relativ leicht. Ja, da habe ich immer noch keinen Zugriff. Aus. Tracking offline. Okay, jetzt dürfte der mich hier eigentlich nicht mehr sehen. Eigentlich. Wahrscheinlich tut das trotzdem. Aber es ist auch egal. Ich... Weapons! Yeah, nice. Und was genau gibt es hier noch? Kommt nach oben. Warum jetzt das, erschließt sich mir auch nicht ganz, aber wahrscheinlich hätte man hier einfach so mega stylisch überklettern können und dann alles töten und so, aber... äh, nein. Äh, nein. Wenn ich noch was gelbes... Wenn ich noch was gelbes... Kommt das, glaube ich, Schacht. Wie... Ja, damit hätte man auch, wenn man lang genug besucht hätte, vielleicht einfach mal diesen Schatz als reißen da ausnutzen können. Wie gesagt, hätte könnte, sollte... Alles... ...wäre möglich gewesen, aber... ...haben wir nicht, also... Scheiß drauf. So... Ich könnte gleich da hingehen, aber... ...ich geh auch gleich da hin. Denn ich habe gar keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu tun. Oh, der Tunneljäger wurde noch nicht fertig gebaut. Warum steckst du die Waffe weg?